Ich habe nicht mehr viel Zeit und ich habe das Gefühl, das ist der letzte Brief. Es gibt auch nur noch eins, was ich dir sagen möchte. Ich will dir sagen, wie sehr du mich bewegt hast und mich verändert hast. Durch deine Liebe hast du einen Mann aus mir gemacht. Wenn du mir etwas versprechen willst, versprich mir eins. Wann immer du traurig bist, dich unsicher fühlst oder völlig das Vertrauen verlierst, versuche dich mit meinen Augen zu sehen. Danke für die Ehre, dass ich dein Mann sein durfte. Ich bin jetzt ein Mensch ohne Reue. Ein glücklicher Mensch. Du warst mein Leben, Moni. Aber ich bin in deinem Leben nur ein Kapitel. Es wird noch mehrere geben. Das verspreche ich dir. So, und jetzt kommt es. Das Entscheidende. Hab keine Angst, eine neue Liebe zu finden. Achte auf das Signal, dass es wirklich das Allergrößte ist. WS Ich werde dich immer lieben.